Ah stimmt, das ist eine grüne Jacke. Guckt ihr das an, Gold, 4 Gold, 5 Gold, 3 Gold, 4 Gold, 3 Gold, 2 Gold, 3 Gold, 1, letzte Season auch Gold und ich so, hello Silber. Hello. Papa, yes, hello. Hallo und so, Jers, wir sind hier schon heute eine Runde Wreckt. Das wird wahrscheinlich die nächsten paar Tage, Wochen, Jahre. Vielleicht, wenn ich mich dran halte, alle jeden Tag oder alle paar Tage mal ranken kommen. Ich bin momentan auf meinem Smurf-Main unterwegs, der wurde da lower eingerankt als mein Smurf. Oder ich werde erst mal 4 Mann invaded. Also auf dem Account Gold, 5 auf dem neuen Main, auf meinem Smurf, Platt, 5, aber ein bisschen Hardstuck. Es wird nicht viel Entertainment sein, es wird Tryhard sein. Weil er boostet Bonobo noch nach Goldnuss. Kann ich mitbekommen? Kannst du es versuchen, ich habe das ja für mal. Er will doch safe hier wohnen. Ja, moin. Auch kein Flasch, der auch. Meine Buller sind on fleek. Xayah hat entbindet die Edge. Warum wascht man das? Die critet der Vayne jetzt richtig die Bühne weg. Wenn sie mal critet, 20%. Die Vayne hat einen BF. Oh ja, unser Botlin ist gelaufen. Sie kann es doch noch verlieren, weil die Rippen... Der F ultet wird. Ja, dann push ich einfach rein. Vielleicht kommt der King gleich... Nee, der ist top lane. Ja, der will diven. Der will ein Rumble. Full Life Rumble, der kriegt richtig auf die Schnauze. Ich greif doch schon lange an, Alter. Ich greif... Ich greif die ganze Zeit den Tower an. Erstmal ping, dass der Tower angreif ich soll. Ich dachte, wir gehen Drayken. Nein. Ich bin über den Tower. Boom. Ich schacke. Gib mir ein Assist. Oh, was hat die... Hat die Xayah hat gekrittet? Ja. Das spieler es, Leute. Riffgen. Kommt zur Brüche, kommt zur Brüche. Okay. Er ist geflasht. Ja. Flasht, flasht. Hör doch auf, unsichtbar zu gehen. Flasht hier. Geht gleich hinten. Ja, mach doch, Alter. Kann ich mir sogar erlauben. Eins, viel schlechter kann es nicht werden. Ich glaube, ich kann es mir sogar erlauben, zu... Na, die Xayah einfach sieben. Oh, pass auf. Der Kayn, der keine Form hat, der ist gefährlich. Oh, die Löwen wird nochmal reingesackt. Ah, Lululti. Und noch Heal. Ich gehe dort, wir haben Fischung. Ich schaffst es auch, mein Schatz. No, 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 no. Warum hat der Typ so oft Oichi? Der ist tot, Alter, den Typ. Was war das? Alter, was war das denn? Hallo? Femme nacken. Naja, ist ein bisschen risky, oder? Oh, nee, nee, nee. Kayn hat seine Form bekommen. Und ich habe ein bisschen Gold im Haus. Äh, Wain kommt vielleicht. Da sind jetzt viele Leute, glaube ich. Ja, okay, Leute. Bei uns sind oben drei. Kist du Bots? Kannst du pushen, oder wie kann man das? Ja, wir machen jetzt Nash, okay? Mach mal. Ja, okay, wir machen Nash. Nash, 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 Nash. Ach, kommt doch Nash, Alter. Scheiß doch auf dem Tor. Oh, Lul. Ja, gut. Das ist natürlich ein easy Game. Käpt' bei Fingerkapper. Auf jeden Fall. Deswegen geht der Rang auf. Kommt raus. Ja. Da kommen wir uns auch die Stats an. 25 HP, das ist wirklich. Ich habe aber nur so eins, dass ich euch verkutscht muss. Wieso habe ich eigentlich schon ein SM-? Oh, vielleicht mein Damage. Egal, Alter. Ich stand 1.04 und halb nur Gefahr. Oh, das ist nichts. Report Guso. Gut, dann sehen wir uns hoffentlich morgen vielleicht wieder. Shush.